Was ist da? Da sagen sie, wir verbinden uns mit seiner Seele. Okay, mit seiner Seele zu verbinden. Rabita also. Rabita. Zuerst mit unseren Schäfen. Die sollen uns den Beweis holen für Rabita. Rabita bitte, Beweis. Sagen nein, ihr sollt Beweis bringen, dass es kein Rabita gibt. Jo, wir geben euch Beweis, dass es kein Rabita gibt. Einfach, sehr einfach. Es gibt weder im Koran noch in der Sunna, dass sowas existiert. Und wenn es sowas existiert, T, dann dürfen sie Suleiman, Turhan nicht mehr anrufen. Weil der Prophet da ist. Und die dürfen nicht mehr zum Gräber von Wali. Und nicht mehr zum Gräber von Schech. Weil wenn der Prophet da ist, dann soll man nicht zu den anderen gehen, oder? Aha. Die Sahaba haben falsch gemacht. Und Tabi'in falsch gemacht. Und alle, aber diese Leute haben richtig gemacht. So, dann wird gesagt, Abu Bakr, Sattdik, Radayallahu anh, hat so viel Sikr gemacht und sich mit dem Propheten, A.S. Immer verbunden. Sogar so, dass er, wenn er im WC reingeht, ein Stein in seinen Mund genommen hat. Und, äh, das stimmt nicht, dass er mit dem Propheten sich verbunden hat. Der hat Allah erwähnt. Der hat Allah erwähnt. Der hat nicht den Propheten erwähnt, Sallallahu aleyhi wa sallam. Okay, und der Prophet, mit wem war er verbunden, bitte? Mit Allah. Ja, aber mit Allah ist klar. Ja, nein, das wird so gesagt. Er braucht ein Menschen, der braucht einen Walid. Das wird so gesagt. Die Shuyuk sind unsere Lehrer. So, Allah, Sallallahu aleyhi wa sallam, hat nicht einfach den Koran herabgesandt. Ja. Was war dazwischen? Wassila war der Prophet, A.S. So, und wenn die Propheten Wassila sind, zwischen uns und Allah, dann sind die Shuyuk auch zwischen uns und dem, und Allah, Sallallahu aleyhi wa sallam, Wassila. Also, sonst, wenn wir keine Shuyuk haben, an denen wir uns halten, dann, an wen sollen wir uns halten, sagen sie. Dann sagen sie, derjenige, der keinen Cheikh hat, sein Cheikh ist der Zatan. Okay. Diese Diskussion ist es nur, um mit zwei Wörtern zu beenden. Dies, was alles, was sie gesagt haben. Allah, Sallallahu aleyhi wa sallam, hat uns Koran und Koran herabgesandt. Der Prophet, Sallallahu aleyhi wa sallam, hat uns die Sunnah beigebracht. Und dann kamen die Sahara, die haben uns das erzählt. Und dann kamen die Amtland. Das bedeutet, Grundlage der Religion ist die Überlieferung. Und wir nehmen die Überlieferung von vertrauenwürdigen Gelegten. Deshalb sagte Al-Junayl al-Baghdadi, der sagt, wenn der Mann auf dem Wasser läuft, und in den Himmel fliegt, du sollst sein Sunnah sehen, seine Religion. Wenn er die Religion richtig praktiziert, dann ist er ein guter Mann und Waliyah min awliya Allah. Aber wenn er das nicht macht, dann ist er ein Scheitern. Und die haben recht. Der Cheikh ist der Scheitern. Wer den Leuten beibringt, bevor ihr sagt, ja Allah, sagt ihr, ja Scheich, der kann nur Scheitern sein. Aber der Scheich selber sagt, nein, ich sage Ihnen sowas nicht. Wallah. Der sagt, ich kann Ihnen sowas, ich sage Ihnen das nicht. Ich war einmal, Barakallahu Fikam, mit einem Sufi-Scheikh zusammen. Wer, ich, in einem Auto, der hat mich eingeladen. Und wir waren mit Sufi-Scheikh zusammen. Dann, als er runter, äh, als er ausstieg vom Auto, dann kamen die Leute wie Ameisen auf Auto. Ich habe das mit Augen gesehen, nicht, dass jemand mir erzählt hat. Und die haben angefangen, die Reifen vom Auto, Reifen zu küssen, Reifen. Und die haben angefangen, die Sitze vom Auto mit Körper gegen die Sitze zu machen. Wie fühlen Sie das mit Augen? Deine Seite auf. Ha? Deine Seite auf. Nein, 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 kleinen Moment, kleinen Moment, nachher. Das kam nachher zu mir, aber später. Das kam nachher, haben wir ein bisschen. Auf jeden Fall? Wallah, radim, ja, ich warte. Sie haben sich, Sie sind gesprungen auf seinen Sitz im Auto. Und die machen so zum Sitz. Ich sage Ihnen was. Ja, ich habe ihm gesagt, die sind Juhal, die sind Hamir, Esel. Ich habe ihm gesagt, ja, aber, aber, sag Ihnen, der hat gesagt, Wallah, ich sage Ihnen, aber Sie wollen nicht, Sie denken, es gibt Baraka. Der Mann selber sagt, ja. Ja, der weiß, ja, ich habe eine andere Vorstellung. Auf jeden Fall? Dann gibt dieser Schiech später zur Vorlesung. Zu, äh, entschuldigung, vorlesung. Zu Furtrag. Die hat Furtrag. Die hat gesagt, Allah, sagt, ta, 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 normal, die Moscheen, normal. Der Prophet sagt, paar Hadeethe, drei davon, drei davon, die hat Fünf Hadeethe, drei davon, erfunden, zwei Modul. Äh, entschuldigung. Äh, drei erfunden, und zwei, daif. Die Fünf. Und eine? Nee, äh, alle, Schrott. Äh, dann, schau mal, die Leute, die haben Fütra, dann hat er gesagt, was von Abu Bakr und Sobata, wie dieser, äh, große Abu Bakr hatte, und verbunden, und diese, das ist die Sache, Harry Potter-mäßig. Dann hat er gesagt, mein Vater, Sheikh Soh hat mir erzählt. Ich war, ich wusste nicht, was passiert. Einer dort in der Moschee, der hat mir macht so, Ja, der andere. Was ist los? Mein Bruder war eben hier. Was ist los? Was ist mit den Leuten? Bei Allah kein Cazbe. Die nennen das Cazbe. Cazbe nennen das. Ja, weißt du, nur wegen der Kamera. Ich weiß, ihr mögt Geschichten. Ihr mögt Geschichten, ja. Wir können auch Geschichten erzählen. Aber was bringt das? Allah, wer geht dir das nicht? In Syrien, in Syrien. Ah, das ist das Gleiche. Der hat 100.000 Interpretationen hinter. Auf jeden Fall. Der erste Kekekekekek. Der hat auch... Und was ist los? Der hat gesagt Cazbe. Die Gelehrten sagen, okay, wir tun einen von diesen Leuten... Schaut mal, bei Allah kein Cazbe. Bei dem Propheten, keine. Bei Abu Bakr, keine. Nur bei dem Scheich. Nur bei dem Scheich. Schaut mal. Die Gelehrten sagen, wenn wir eine Person von diesen Leuten auf eine Kante eines Berges tun. Kante eines Berges. Und der guckt nach unten, die sind 1.000 Meter. Und wir sagen ihm, der Scheich sagt... Und der Scheich sagt... Macht ihr Pir Pir Pir. Und jetzt... Doch macht ihr kein Pir Pir Pir. Aber der macht nur Pir Pir vor den Leuten. Dann sind wir... Jemand hat gesagt, ich lade euch ein. Wir sind da gegangen... Oh Allah, wenn ich erzähle euch, was ich... Was ich gesehen habe selber. Ach, die lachen die Leute aus. Diese Leute. Mach dem Geschenke. Ein kleiner Moment, ihr macht Adan und dann machen wir ihn. Vielen Dank.